Wussten Sie schon, dass Sie es als Schieselkunde besonders leicht haben? Sie können in unseren Online-Katalogen stöbern und von dort aus direkt die Artikel im Shop finden, die praktischen Filter verwenden oder von früheren Aufträgen Produkte nachbestellen. In unserem Bestellarchiv finden Sie nämlich alle früheren Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen und können mit wenigen Mausklicks eine Folgebestellung auslösen. Klicken Sie dazu auf Meine Bestellungen und danach auf den Einkaufswagen links neben der jeweiligen Bestellung. Nun erscheinen alle Artikel, die damals gekauft wurden und können entweder gesammelt oder einzeln in den Warenkorb gelegt werden. Und voilà! Sie können bestellen, ohne die Artikel noch einmal raussuchen zu müssen. Übrigens, jeder Lieferschein, der zum Download bereitsteht, ist mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Damit es für Sie noch einfacher wird, können Sie Ihre getätigten Bestellungen mit Ihrem Warenwirtschaftssystem verknüpfen. Unser Team verrät Ihnen gerne wie. Und wenn Sie nähere Informationen brauchen, nutzen Sie einfach unsere praktische Dokumentation. Im nächsten Video erfahren Sie mehr. Bleiben Sie dran! Begrüßung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020